Hi, mein Name ist Sandra, ich bin The Coaching Artist und heute gebe ich dir einen kleinen kostenlosen Ausschnitt aus meinem Kurs Ideen entwickeln für Kreative und zwar in der Form, dass ich dir eine Kreativitätstechnik vorstelle, die du nutzen kannst, um selber auf neue Ideen für deine Werke zu kommen. Also viel Spaß beim Anschauen! Eine der einfachsten Techniken ist es, wenn du einfach alles, was dir zu einem gewählten Hauptthema einfällt, einfach einmal ohne Einschränkung in Worten oder kurzen Stichpunkten notierst. Du entleerst sozusagen dein Gehirn, deshalb Braindumping. Und das kannst du in jeder Phase der Konzeptentwicklung nutzen, egal ob du noch am Anfang stehst oder ob du mehr Detailfragen klären möchtest. Außerdem kannst du auch Aufgabenstellungen selbst damit kreieren. Dabei ist es wichtig, dass du wirklich handschriftlich vorgehst, da, wie beschrieben, nur diese Art des Schreibens dein volles kreatives Potenzial entfaltet. Und so gehst du im Detail vor. Setze dir am besten ein konkretes Ziel, bevor du die Technik nutzt. Nimm dir entweder eine bestimmte Zeit, wie zum Beispiel mit Pomodoro 25 Minuten oder mehrere Blöcke, in der du Ideen generieren wirst. Oder definiere eine bestimmte Zielanzahl von Ideen, zum Beispiel mindestens 10 bis 20. Noch hilfreicher ist es auch, wenn du dir vor Beginn deines Braindumpings eine konkrete Frage überlegst, wie Welche Produkte könnte ich aus meiner Idee entwickeln? Welches Tier steht für Schnelligkeit? Welches zweite Thema könnte ich mit dem Hauptthema kombinieren? Oder was bzw. welche Interpretation hat es zu diesem Thema noch nicht gegeben? Denke daran, der richtige Fokus erzeugt Kreativität. Wenn du dann anfängst, Ideen auszubrüten, schreibe sie chaotisch oder in einer Liste auf ein Blatt Papier. Die Form ist völlig egal, solange du dich wirklich nicht selbst blockierst. Jetzt ist alles erlaubt. Du darfst spinnen, dir alles ausmalen. Es geht am Anfang noch nicht darum, ob die Ideen umsetzbar oder gut sind oder wie du sie umsetzen kannst. Keine Bewertung, kein Aber. Es geht einfach nur um das Was. Setze hier tatsächlich eher auf Quantität anstatt auf Qualität. Egal, wie doof dir ein Gedanke auch erscheinen mag, du weißt jetzt noch nicht, was später über eine Assoziation oder aus einem anderen Blickwinkel heraus daraus werden kann. Deshalb schreibe wirklich alles auf, was dir in den Sinn kommt. Recherchiere auch gern online, wie andere dasselbe Problem gelöst haben und notiere dir auch fremde Ideen. Sobald dir nichts mehr einfällt und du dein Ziel erreicht hast, kannst du dir erst einmal eine kurze Pause gönnen. Dann geht es weiter. Vielleicht hast du es bereits zuvor getan, aber schau jetzt noch einmal über deine Wortsammlung und suche nach Assoziationen. Falls du noch keine Eingebung hattest bzw. jetzt darfst du die Ideen auch bewerten. Welche Ideen lassen sich verbinden? Wozu fällt dir noch mehr ein? Was passt am besten zu deinem bisherigen Konzept? Löst eine Idee vielleicht zumindest einen Teilaspekt deines Problems? Welche Idee oder Ideen kannst bzw. möchtest du umsetzen? Schreibe dir am Ende deine favorisierten Ideen noch einmal separat auf. Füge sie deinem schriftlichen Konzept hinzu und geh am besten direkt in die Umsetzung. Mit dieser Technik allein kannst du nicht nur zeichnerische, sondern generell so ziemlich alle Probleme in deinem Leben effektiv lösen. Dir fehlt Geld? Mach eine Braindumping-Session und schreibe 20 Ideen auf, wie du diesen Monat mehr Geld verdienen könntest. Du möchtest abnehmen? Schreibe dir 20 Ideen auf, wie du dir das Abnehmen erleichtern kannst oder 30 Rezepte, die du von nun an ausschließlich kochen wirst. Du hast Angst, ein Projekt anzugehen oder vielleicht sogar eine deiner aufgelisteten Ideen umzusetzen? Überlege dir, was könnte ein nächster Babyschritt sein, den du in weniger als einer halben Stunde umgesetzt bekommst. Notiere dir auch dazu eine feste Anzahl an Ideen. Das wird den Druck von dir nehmen und du kommst leichter ins Handeln. Eine Unterform zu dieser Braindumping-Technik kennst du sicherlich auch bereits. Das Mindmapping. Dabei schreibst du dir einen zentralen Begriff, am besten basierend auf deiner Problembeschreibung, auf und sammelst in abzweigenden Bubbles, so nenne ich das, dann jeweils weitere Ideen, die sich diesen Begriff allerdings unterordnen lassen. Da du bei dieser Technik aber gleichzeitig Ideen generieren und diese passend zuordnen musst, empfehle ich die Technik nur bei Konzepten bzw. Konzeptschritten, bei denen du schon Fortgeschrittene bist und die Kernbegriffe bereits geklärt sind oder aber, wenn du generell gern sehr strukturiert vorgehst. Für alles andere ist das generelle Braindumping besser, da du hier nicht multitasten musst, sondern deine Gedanken einfach frei fließen lassen kannst. Und trotzdem arbeitest du deinem Ziel mit einer gezielten Fragestellung entgegen. Dieser Fokus auf Lösungen anstatt auf das Problem wird dich überall viel schneller voranbringen. Also probiere Braindumping direkt einmal aus mit einem Problem in deinem Leben oder in deinem Konzept. Oder schau dir die nächste Technik an. Ich hoffe, dieser kleine Ausschnitt hat dir jetzt gefallen und wenn du noch mehr davon sehen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal und auch diese Glocke, dann verpasst du keine neuen Videos, denn ich möchte noch viel mehr jetzt regelmäßiger Videos uploaden und ich möchte vor allen Dingen dir und all den anderen Kreativen da draußen helfen, dass ihr euer volles Potenzial entwickelt, sowohl in der Kunst als auch in eurer Persönlichkeit und dazu gibt es eben jetzt neuen Content. Also, stay tuned und bleibt kreativ!